Willkommen zu einer weiteren Einheit von Mathe auf Insta. Dieses Mal haben wir als Aufgabenstellung, Hans spart jeden Monat zum Monatsersten einen Betrag von 600 Euro, um später den Kauf einer Eigentumswohnung damit zu finanzieren. Jetzt haben wir dazu entsprechende Aufgabenstellungen und Fragen. Nach sechs Jahren und zwei Monaten löst er das Sparkonto auf. Wie viel hat er bis dahin angespart? Angenommen, der Sparzins, also Jahressparzins, liegt bei 1,1%. Zweite Frage, welchen Betrag müsste er heute einmalig anlegen, um das gleiche Ergebnis zu erzielen? Und dritter Teil, die Wohnung, die er kauft, kostet 200.000 Euro. Den verbleibenden Betrag zahlt er in konstanten monatlichen Raten, jeweils zum Monatsersten über einen Zeitraum von 20 Jahren ab. Wie hoch ist dabei die Rate, die er jeden Monat zu zahlen hat? Gehen wir die drei Sachen der Reihe nach mal durch. Beim ersten geht es ja darum, dass er regelmäßig etwas anspart. Das heißt, hier können wir die Formel aus der Rentenrechnung nehmen. Und zwar die Formel für den Endbetrag einer solchen Sparanlage. Da haben wir zusätzlich noch die Info, er spart zum Monatsersten. Das heißt, wir haben hier diesen Faktor 1 plus i noch dazu, weil es eine vorschüssige Zahlungsreihe oder Sparanlage ist. Das heißt, wir brauchen hierfür diese Werte, die hier drinnen stehen. Genau die haben wir aber durch die Aufgabenstellung auch gegeben. Hier steht einmal, er spart jeden Monat 600 Euro, also unsere Rate 600. Auf Monate bezogen haben wir 6 Jahre und 2 Monate. Das heißt, 74 Zahlungen, 74 Monate, also ein N von 74. Der Zins ist nur als Jahreszins mit 1,1% gegeben. Das heißt, wir müssen den auf Monatsbasis umrechnen. Und das machen wir, indem wir durch 12 teilen, 12 Monate. Damit haben wir die drei Werte, die wir benötigen für diese Formel. Das heißt, wir gehen jetzt einfach hin, müssen es vorschüssig, nehmen diese Formel, suchen, den Endwert, also zum Zeitpunkt 74. Dafür setzen wir die Werte in die Formel ein. Wir haben also hier die Rate, entsprechend immer für i, den monatlichen Zins. Und dann gehen wir es in den Taschenrechner ein und kriegen als Ergebnis 45.960,863. Das ist also der Betrag, den er angespart hat, nach 6 Jahren und 2 Monaten. In Teil B soll jetzt bestimmt werden, zusätzlich wie hoch ist der Betrag, den er alternativ heute anlegen könnte, sodass er dann nach dieser Zeit genau das gleiche Ergebnis hat, wie mit seinem monatlichen Sparplan. Jetzt können wir das relativ einfach dadurch lösen, dass wir einfach diesen ursprünglichen Betrag, den er erzielt, durch den Sparplan nehmen und ihn auf den heutigen Zeitpunkt, also auf den Zeitpunkt 0 abdiskontieren. Dafür brauchen wir einerseits die Laufzeit des Ganzen, die steht hier eigentlich schon, das sind die 74 Monate, und wir brauchen den monatlichen Zinssatz. Der beträgt hier wie eben auch 0,011 geteilt durch 12. Damit können wir dann einfach den Betrag hernehmen, auf K0 abdiskontieren, indem wir den Betrag teilen, durch 1 plus den Zinssatz, hoch die Anzahl der Perioden. Also hier unseren ursprünglichen Betrag geteilt durch 1 plus der monatliche Zins, hoch 74. Wenn wir das ausrechnen, kriegen wir dementsprechend hier unser Ergebnis von 42.884.022 usw. Das heißt, den Betrag müsste er heute anlegen, damit er genau dieses Endergebnis nach 74 Monaten erzielt. Das wäre dann auch schon der zweite Teil, beim dritten Teil. Also bei Aufgaben Teil C geht es jetzt darum, dass er den Restbetrag für die Wohnung in gleichbleibenden monatlichen Raten, also in Form einer Annuitätentilgung, abbezahlt. Was wir bestimmen sollen, ist die Annuität, also diese monatliche gleichbleibende Rate. Da wir jetzt wissen, dass das Ganze vorschüssig ist, weil er immer zum Monatsersten bezahlt, haben wir hier die entsprechende Formel für eine Annuität, die vorschüssig erfolgt. Das sehen wir da dran, dass wir hier oben n-1 haben. Zusätzlich haben wir noch gegeben, einmal die Laufzeit des Ganzen, das soll halt über 20 Jahre erfolgen, monatliche Zahlung, also 20 mal 40, 240 Zahlungsperioden, mit monatlichen Zins auch wieder von 1,1% geteilt durch 12. Zusätzlich haben wir diese Anzahlung. Jetzt ist aber die Anzahlung nicht so interessant. Wir wollen ja wissen, wie viel er zu zahlen hat von dem, was noch übrig bleibt, was er also noch nicht angespart hat. Das heißt, wir müssen erst mal den Restbetrag bestimmen. Das machen wir einfach, indem wir rechnen 200.000 minus das, was er angespart hat. Dann können wir aufgrund dieses Ergebnisses die Annuität mit der obigen Formel bestimmen. Das heißt, zunächst den Restbetrag, hier als 154.039,137 Euro und dann entsprechend den eingesetzt in unsere Formel für die Annuität. Das heißt, hier K0 ist dieser Restbetrag, der abgezahlt werden muss. Zinssatz I, hier und hier, sind die 0,011 durch 12 und die Laufzeit sind 240 Monate. Wenn wir das alles einsetzen, kommen wir auf eine monatliche Rate von 714,655 Euro. Damit haben wir dann auch den dritten Teil erfolgreich erledigt, haben also die Aufgabe komplett abgeschlossen, sind am Ende. Ich sage also, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.